Was machen die Ausschüsse im Bundestag? Das ist das Paul-Löbe-Haus in Berlin, ein Gebäude des Deutschen Bundestages. Es liegt direkt neben dem Reichstagsgebäude, in dem das Parlament regelmäßig tagt. Im Paul-Löbe-Haus treten regelmäßig die Ausschüsse zu ihren Beratungen zusammen, was genau sind Ausschüsse und was ist ihre Aufgabe? Um das zu verstehen, müssen wir uns noch einmal kurz die Aufgaben des Bundestages in Erinnerung rufen. Die Abgeordneten treffen wichtige Entscheidungen für unser Land. Sie verabschieden Gesetze, ändern bestehende Gesetze und kontrollieren die Arbeit der Bundesregierung. Die Abgeordneten entscheiden auch über den Bundeshaushalt, also für welche Bereiche die Regierung Geld ausgeben kann und wie viel. Es geht im Parlament um sehr viele verschiedene Themen, von Bildung und Forschung über den Arbeitsmarkt bis zu Umwelt- und Gesundheitsfragen, aber auch um die Bundeswehr, die innere Sicherheit, die Wirtschaft und und und. Es ist klar, dass sich nicht alle Bundestagsabgeordneten mit all diesen Themen gleichzeitig beschäftigen können. Und nicht jeder kann auf jedem Gebiet ein Experte sein. Deshalb teilen sich die Abgeordneten die Arbeit auf und bilden Gruppen, die sogenannten Ausschüsse. Zu Beginn seiner Arbeit entscheidet ein neues Parlament, welche Ausschüsse es geben soll. In der Regel sind es mehr als 20 ständige Ausschüsse. Sie arbeiten dann in dieser Zusammensetzung bis zur nächsten Bundestagswahl. Die Ausschüsse heißen zum Beispiel Ausschuss für Gesundheit, Ausschuss für Wirtschaft und Energie oder Ausschuss für Finanzen. Nahezu alle Ausschüsse werden regelmäßig eingesetzt, Änderungen sind selten. Manchmal ändern sich nur minimal die Namen oder einige Zuständigkeiten. Und das hat folgenden Grund. Viele Ausschüsse werden spiegelbildlich zu den Ministerien der Bundesregierung gebildet. Und da sich dort meist nur wenig ändert, bleiben auch die Ausschüsse in der Regel in etwa gleich. Es kann aber zum Beispiel vorkommen, dass das Thema Verbraucherschutz einmal beim Landwirtschaftsministerium angesiedelt ist, in einer neuen Wahlperiode dann beim Justizministerium. Oder dass das Thema Energie einmal zum Umweltministerium gehört, ein andermal zum Wirtschaftsministerium. Dementsprechend organisieren sich dann auch die Ausschüsse. Darüber hinaus gibt es auch Ausschüsse, die Themen behandeln, für die kein eigenes Ministerium existiert. So gibt es regelmäßig etwa einen Sportausschuss oder einen Ausschuss für Kultur und Medien. Vier Ausschüsse muss es laut unserem Grundgesetz allerdings immer geben. Das sind der Ausschuss für Verteidigung, der Auswärtige Ausschuss, der Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union sowie der Petitionsausschuss. Der Petitionsausschuss ist ein besonderer Ausschuss, denn er kümmert sich um die Bitten und Beschwerden von Bürgern, die sich mit ihren Anliegen an den Bundestag wenden. In den Ausschüssen arbeiten die Bundestagsabgeordneten, die Experten für ihr Fachgebiet sind. Über die Größe der Ausschüsse entscheidet das Plenum, also der gesamte Bundestag. Es gibt große Ausschüsse mit über 40 Mitgliedern und kleine Ausschüsse mit unter 20 Mitgliedern. Jeder Ausschuss ist ein Mini-Abbild des Plenums. Die Fraktionen entsenden ihre Mitglieder dorthin entsprechend dem Kräfteverhältnis im gesamten Bundestag. Ein Beispiel. Stellt eine Partei nach der Bundestagswahl 18% der Abgeordneten im Bundestag, stehen der Fraktion in jedem Ausschuss auch 18% der Plätze zu. Jeder Ausschuss hat einen Vorsitzenden, der die Sitzungen vorbereitet, dazu einlädt und sie dann leitet. Außerdem bestimmt jede Fraktion für jeden Ausschuss einen sogenannten Obmann oder eine Obfrau. Sie bestimmen den Kurs der Fraktion entscheidend mit, formulieren deren Interessen und stimmen die Tagesordnung mit den anderen Obleuten und dem Vorsitzenden ab. Die Fachexperten besprechen in den Ausschüssen alle Einzelheiten etwa zu einem neuen Gesetz. Sie gehen tief in die Details, hinterfragen vieles und diskutieren. Sie streiten, kritisieren und feilen manchmal an alternativen Formulierungen. Die Ausschüsse laden häufig Sachverständige und Experten von außerhalb zu Anhörungen ein. So können sie sich ein noch besseres Bild zu einem Thema machen. Am Ende des fachlichen Austausches wird auch im Ausschuss darüber abgestimmt, was der Ausschuss den anderen Abgeordneten des Bundestages empfehlen soll. Diese Empfehlungen können sinngemäß lauten, stimmt dem neuen Gesetz zu oder lehnt es ab oder etwa stimmt dem Gesetz mit unseren Änderungen zu. Übrigens, neben den ständigen Ausschüssen gibt es auch vorübergehende Fachgremien. Sie heißen zum Beispiel Untersuchungsausschüsse oder Enquete-Kommissionen. Dort vertiefen sich die Abgeordneten in ein bestimmtes, meist aktuelles Thema. Du möchtest noch mehr erfahren? Dann klick auf mitmischen.de, das Jugendportal des Bundestages. Dann klick auf mitmischen Musik. Musik Untertitelung des ZDF, 2020